Hallo? Oh jeez, es ist der Ball! W-W-Weklings! Elf, fall in! Du solltest hier nie kommen, He-Humans! Ich bin ein Level-10-Bot und mit meiner Lüte werde ich meine Elven-Guard mit magischen Songs von Enchant... Mit magischen Songs von Enchant... Mit magischen Songs von Enchant... Also es geht jetzt ungefähr anderthalb Minuten so, ich skipp das mal. Magischen Songs von Enchant... Weil das will ich euch echt nicht antun, das ist grausam. Abwehr erhöht, wir müssen jetzt gucken. Als allererstes konzentrieren wir uns auf den Hinteren und auf den Vorderen. Oh fuck! Vater! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Rrrr! Scheiße Hütte Abwehr! Und als nächstes dann nochmal die Darp-Pfeile. Okay, gezackte Pfeile, ja. Scheiße. Ich hab doch geblockt. Ray J, gut. Auf jeden Fall jetzt erstmal den Typen da hinten wegholen. Lüder, wieso hab ich grad so wenig gemacht? Das war immer voll krass. So, Batas muss auf jeden Fall einen Heiltrank fressen. Also halt schlucken, ja. Sonst haben wir nämlich ein kleines Problem. Hammer der Gerechtigkeit nochmal auf den Schwertkämpfer. Sehr gut, ist der weg. So, die beiden sind schon weg. Damit haben wir schon mal die halbe Miete, sag ich mal, drinnen. Unsere Fähigkeit reicht nur für einmal meucheln. Und Batas finisht ihn jetzt. Sehr gut. Er flieht jetzt natürlich. Aber ist dir egal. Ich hab mega Angst vor Jimmys Spezialattacke. Die haut richtig rein. Die ist richtig, richtig meint ihr, aber okay. So. Ach ja, genau. Jetzt kann ich ja meine Furzgranate machen. Kann man wechseln mit E. Und auf geht's. Und ihn können wir jetzt auch reinlassen. So, und jetzt... Äh, wieder die Furzgranate. Wir warten, bis er da hinten ist, dann können. Komm jetzt. Genau, dann passiert nämlich das. Dann kann man ihn mit einem einzigen Schlag killen. Einmal... Zweimal... Und ihn auch noch. Entschuldigung, die Treppe hoch. Juhu. So, dann kommt jetzt hier der einzige Auftritt von einem Gegner, den ich persönlich sehr mag. Der hätte ruhig öfter sein können. Oh Gott, das müsste aber eigentlich treffen. Oh Gott, der Wizard ist in der Küche. Äh, wir müssen helfen. Äh, ja. Äh, äh, ja. Ihn kriegen wir auf jeden Fall. Oh. Ja gut. Den müssen wir so fertig machen. Äh, äh, äh. Äh, äh. Ähm. Meiner Meinung nach immer zuerst auf den Boden schützen. Und dann finde ich Batters den jetzt. Weil, meiner Meinung nach sollte man immer so vorgehen, dass man immer einen Gegner weg hat schon mal. Dann ist jetzt er nämlich weg. Ah, Angriff erhöht. Bitte, was ist denn eine Mega-Attacke, ey? Na gut, das geht noch. Gut, auch ihn drücken wir jetzt wieder ein mit dem Mäucheln rein. Und wenn wir Glück haben, macht Butters genügend Damage, um ihn zu schaffen. Ich glaub es aber nicht. Ja. Egal, dann wird danach die Attacke weg sein. Lol. Beim Kontern gekillt. Beim Kontern gekillt. Jawohl. Nee. So. Also auf jeden Fall wieder alles looten. Man will ja hier die 100%. Oh, das kann ich machen. Auf geht's. Rachen schreit. Wach auf. Ihn hier. Das ist der einzige Auftritt von diesem Gegner im Spiel. Der ist ziemlich gut. Vor allem auf schwer. Genau, einmal und zweimal. Aber das ist ja nämlich auch noch weg. Ich überleg grad, kann ich ihn noch? Läu, wartet mal. Was bringt mir das jetzt? Versteh ich nicht. Boah, der stinkt ja sogar noch nach Scheiße. Ich denke, er beginnt zu geben. Okay. Der erste Angriff ist jetzt ziemlich wichtig. Der macht nämlich direkt seine Konzentration. Und ich finde es mega, mega, mega wichtig. Moment. Das ist jetzt... Wenn ich jetzt auch eines der wenigen Male einen... Nehme ich den. Nehme ich den. Ich werde ihn jetzt gleich zweimal attackieren. Anfortsen bringt bei ihm nichts, weil er eine Gasmaske hat. Leider. Sonst wäre es natürlich nur der halbe Spaß. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall einen Spezialangriff von ihm über uns ergehen lassen. Und ich kann euch eins garantieren, Leute. Er drückt wirklich guten Damage. Aber damit... Ist jetzt schon mal die halbe Miete getan. Spezialattacke wird jetzt richtig heftig werden. Nein! Es war zu... Oh, Paddas ist tot. Okay. Er hat seine Spezialattacke nicht gemacht. Das ist echt gut. Damit hat Paddas jetzt nämlich überlebt. Ich... Gib dir mal einen Gesundheitsdrang. Und... Bevor er... Ganz ehrlich. Ich greife jetzt ihn an und Paddas schlägt nochmal ihn. Weil er wird nach seinem nächsten Move einfach da und sein. Er hier. Er blutet viermal. Er wird richtig Blutdamage kriegen. Also wenn die Attacke jetzt genügt... Oh, scheiße. Der stirbt nicht. Der stirbt nicht. Der wird nicht sterben, oder? Scheiße. Aber gut, er macht nur seine Pussyattacken. Okay, der ist tot. 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 Sehr gut. Ja, sehr gut. Dann hat der nicht mal seine Spezialattacke machen können. Yes! Der hat eine Attacke. Da eskaliert er einfach vollkommen. Oh, da haben wir Glück gehabt. Also hier kriegt... Genau, die Waldelfenrüstung kriegt man hier noch. Vergesst auf keinen Fall den da hinten, so weit ich... Ne, da ist doch nichts. Schade. Das hier... Ja, 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 alles easy, alles easy, ja. Hier kommen wir nicht rein. Hier war der Garagenschutz. Die guten Geräusche und dann stellt man fest, dass da doch nichts passiert. So, auf einmal das hier. Und das hier. Dann können wir nämlich hier lang. Ja, sehr gut. Noch einmal dagegen schießen, dann hier hoch. Dann kann man hier zerstören. Und ihn one-hitten. Ihn kann man nicht mal looten, das ist voll beschissen. Ich glaube, ich vergesse das hier fast jedes Mal. Ich hätte es doch, ich bin sehr noch in einem Run mitgenommen. Wie schlimm sind sie dich verraten? Ich kann nicht durchlaufen. Die Tür ist, dass sie entzündet sind, also ich kann den Knob. Du kannst nicht den Knob, Bart, halten. Das ist falsch. Ja, ich kann. Ich habe den Stich der Wahrheit, das bedeutet, dass ich das Universum kontrolliere. Und ich sage, halten den Knob ist okay. Kann er das tun? Er hat den Stich der Wahrheit, er kann, was er will. Gut, jetzt kann ich wieder Kenny einsetzen. Double D Power Bros. Der ist schon mal mit, dass er seht. Auf geht's. Und wieder. Ja, der typisch schwanzgestörte Mann lässt sich halt einfach davon verarschen. Von einem anderen Mann wohlgemerkt, so. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ihn holen wir am besten mit dem Drachenschrei. Oh Gott. Oh, oh, geh halten. Halt die Luft zurück. Jetzt. Damit können wir nämlich ihn schon holen. Äh, hier oben müssen wir, glaube ich, nicht lang. Das ist optional. Ja, ist ja gut. So, Furzgranate. Die Rate stinkt jetzt. Das ist ein Witz. Das ist doch ein Witz, ey. Katze, ey. So, rauf. Und Kenny macht jetzt seine Rattenfreunde, ey. So. Damit ist sie schon mal weg. Und sie ist so gut wie weg. Alter. Loll, der eskeliert ja voll. Und die ist jetzt auch tot. Gut. Damit haben wir auf dem Boden... Auch eigentlich so gut wie alles. So, ich muss nochmal gucken, dass hier das Richtige auch noch loote. Einmal und zweimal. Und... Ich bin blöd. Das müssen wir machen. So. Das hier bringt gar nichts. Das hier ist ein Pokémon. Und hier ist noch eine Tasche. Und... Das passt eigentlich jetzt soweit, würde ich sagen. Gehen wir mal runter zu Jimmy. Macht euch bereit, Leute. Der Kampf ist nämlich gar nicht so einfach. Ich bin mal runter. Ich bin mal runter. Ja, vor Jimmy habe ich jetzt nicht so viel Angst. Der ist halt eine gute Attacke drauf, von der ich mich in Acht nehmen muss. Zunächst einmal meucheln wir ihn, dann kriegt er schon mal zwei Blutungen. Und Kenny wird mit seiner pelzigen Freunde-Attacke den Rest erst mal wegholen. Alter, ich kriege einen richtigen Krampf beim Drücken. Genau. Oh Gott. Alter. Das habe ich gerade noch geschafft. So, er blutet mal drei, das heißt, wir meucheln ihm direkt noch eine rein. So, Kenny pennt erst mal eine Runde. Oh, scheiße. Das ist doch jetzt ein Scherz. Warum? Ja. Das meinte ich, was jetzt kommt. Er zieht sich über. Das heißt, wir können nichts machen. Scheiße. Man kann das auch nicht... Gerade so nicht blocken. So, wir scheißen uns jetzt erstmal in die Hose. Was? Oh! Oh Gott! Oh! Oh Gott, den futze ich jetzt zu Tode. Den futze ich weg, ey. Das ist auch schwer zu kontern. So, ihn looten. Hier reingucken. Die Kiste auf jeden Fall nehmen. Und das hier noch nehmen. Und dann ist man, soweit ich weiß, hier durch. Ja. Damit ist man hier durch. Wir können zurückgehen. Ich muss es ruhig mal überlegen. Wenn wir jetzt ankommen, ist es... Nicht nach. Oder? Great job, men. Douchebag. Doch. 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 Ja. Okay, Mom. Thanks for pointing out bed time for everyone. It's a school night, hon. You and your little druid friends need to... Wir sind nicht druids, Mom! Wir sind fucking warriors und wizards! Oh, that's it. You're going to bed. The rest of you better get home too. Okay. Auf geht's. Jimmy ist ja auch mit. It's late, Han. Your parents will be worried. So, oh, wir haben ne... Oh, sehr gut. Ja. Gut, neue Fähigkeit. Das heißt, wir skillen jetzt erstmal das hier. Vorteile? Wie viele haben wir denn jetzt? Ich vergesse das immer. Normalerweise schaue ich nie nach. 19 neue Freunde. Halleluja. Ja, ist ja jetzt gut. Gut. Ich glaube, wir sind aber auch relativ gut dabei. Also, es waren noch bis jetzt so ziemlich alle Freunde, die man kriegen konnte. Hier kommen wir jetzt auch noch rein. Das habe ich vollkommen vergessen. Und hier sind auch die drogigen Handschuhe. Jawohl. Gott. Hier habe ich echt vergessen, diese beschissene Garage zu öffnen. Habe ich sie jetzt gemacht. Ach, die Musik ist schön. Ich finde die Musik generell von South Park ziemlich awesome. 50 Freunde habe ich schon, ne? Ja, halt die Fresse, Mutter. Lass mich doch meinen Vater als Freund enden. Ich will uncool sein. Boah, ich fühle mich von euch gemobbt. Wisst ihr das? Nicht, aber einen eigenen Vater darf ich als Freund hinzufügen. Gott, so. Immerhin sind sie eingezogen. Das heißt, die kann man nochmal schön looten. Hier ist aber nichts Wichtiges drin. Das ist halt ein bisschen Kohle und so der ganze Krimskrams, aber ansonsten halt sage ich mal nichts Wichtiges. Hier waren wir schon. Hier haben wir sogar schon hingekackt. Ich fühle mich jetzt voll, weil ich geschissen habe. Ja, würde ich sagen, kommen wir doch mal der Quest nach, die wir jetzt aufhaben, nämlich schimmen wir uns ins Bett. Good night, little man. I hope you're as happy as we are. Everything is going to be better now that we're in this quiet little mountain town. Ich glaube, das wäre mein Albtraum. I'm having a dream again. Okay, this is dreaming. What's happening? Oh, Jesus. Jesus Christ. Oh, can we try the big silver one again? Oh, oh, oh. Jetzt geht's in die Analstellung und jetzt müssen wir zeigen, dass unsere Arschmuskeln ganz besonders sind. Geht aber relativ easy. Den ersten geht noch relativ leicht. Den zweiten muss man halt ein bisschen mehr drücken. Ist aber auch relativ easy. Wir haben jetzt die Sonne in unsere Maus stecken. Is this your first time getting probed? Yeah, it's a pain, but this is the kind of stuff you put up with living in a remote little mountain town. At least we don't have to deal with traffic. Hey, you broke free. Kid, you have an incredible control of your asshole. Get me loose too. Nein, komm. Kann ich nicht machen, na? So, wir haben jetzt eine neue Fähigkeit bekommen, die Elgin-Sonde. Äh, war hier was? Nichts Züchtiges, okay. Ah, sehr gut. Und das auch noch. 6-Person-Chip ist auf jeden Fall gut für später. Wie gesagt, wir brauchen jeden einzelnen fucking Cent, den wir kriegen können. Und das meine ich auch wirklich vollkommen ernst. Also, äh, ja. Gut, Elgin-Helm ist bis jetzt unser bestes Teil. Wird sofort angelegt. Und ihn können wir jetzt noch nicht befreien, soweit ich weiß. Hier können wir nicht lang, hier können wir nicht lang. Ähm, ja, genau. Hier raus jetzt. Merkt euch diese Luke dort, die wir gerade gesehen haben. Die hier. Hier kommen wir jetzt so nicht lang. Das wird später noch wichtig sein. Merkt es euch. Gut, hier war, genau. Ah, hello. Is this recording? If you are hearing this, I've been taken hostage on some kind of alien ship. The aliens did unspeakable things to my rectal cavity. But I've broken free. I'm so scared and alone. I must find a way off this ship. Oh God, they're coming. Why am I standing here making an audio lock? I don't have time for this. Leave me alone. So, das werden, hier sind jetzt über diese Maps, sag ich mal, oder halt über dieses Raumschiff, sind halt einige dieser Audio-Teile verteilt. Und wir müssen jetzt halt einen bestimmten finden. Ich vergesse sowieso immer, wo der ist. Ah, sehr gut, genau. In. Los, schlag ihn. Der ist ja noch einer. Moo, moo. Moo, 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 moo. Äh, äh. Moo, moo. Loll. Alter. Moo, 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 moo. Das drückt Damage. Ich sag's dir, das immer skillen. Das ist die wichtigste Fähigkeit vom Dieb. Und schon ist der auch weg. Moo, 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 moo. Ah, das ist... Ah, gut. Oh, hey, there you are. Oh, yeah, yeah. That's the Lambda-Containment-Block. Take that elevator next to you. The probe and your asshole should interface with it. Damit haben wir jetzt den Scheiß anlockt. Hier ging's so weit, ich weiß nicht weiter. Jetzt können wir hier auch den Fahrstil benutzen. Great, you're it. You're looking for a security console. Gut, ey, den Anzug haben wir jetzt auch noch bekommen. One of you in Probe-Maintenance and another below you in the atmosphere-Processor? Yeah, I know this stuff. Can't remember which one you want, though. Been a while since I did this. Day two. So hungry. I've searched for food, but the only thing I found are other people's annoying useless audio-locks. Why did they bother, when they clearly were in terrible danger? Each audio-lock I find is more irrelevant and boring than the last. I must keep looking for a way to survive. Gut, ich werd euch mal jetzt auch nebenbei immer die ganzen Audio-Locks vorspielen. Ich find die persönlich ziemlich nice. Und er ist damit jetzt auch weg. Hä? Hä? Also eigentlich sollte das direkt passieren. Und zwar wirklich direkt. Okay, I don't get it. I don't get it. Übrigens, hier kann man sich nicht selber killen. Nur falls jemand von euch begeben will. See if you can free me from that console. Probably not, though. It's incredibly advanced alien technology. No way, some kid could work it. but I can't find anything to eat or a clue to get me off the ship. Just more audio-locks. They're everywhere. For some reason I listened to every minute of every one of them, thinking there'd be some useful information, but it's like they're just fillers. Useless filler. They're filler, that's driving me to madness. Das ist an sich relativ easy. Da kann man fast gar nichts verkacken. Keep going. I think you're on to something. Wie gesagt, also, es wird dann ein Moment kommen, wo man nicht weitermachen kann. Das, das, das. Das nächste wäre, soweit ich weiß, rot, grün, grün. Geil. Gut, hier können wir nämlich nicht weiter. Außer jetzt. Guck mal so an. Genügt die Perversen gespielt. Wir müssen jetzt die andere Konsole finden. Es gibt nämlich noch eine weitere hier halt heroben. Erstmal da rüber schicken, weil hier ist noch was zum Looten. Wir werden warten, bis er hier drin steht. Dann können wir nämlich ihn killen. Und ihn kann man soweit ich weiß nicht killen. Gegen ihn muss man tatsächlich kämpfen. Es ist aber auch kein Verbrechen. Ich meine, das Spiel macht ja Spaß. Durch! Alter! Ah, gut getrolled, gut getrolled, game, gut getrolled. You got me, brah, you got me. Gut, wir haben jetzt wieder voll Leben, würde ich sagen. Jetzt aber durch. Und ihn attackieren. Und als allererstes doch, Darpfeiler. Die sind immer wichtig. Ich vollidiot! Äh, ja. Ihr könnt gucken. Wir können ihn nicht treffen, wegen seiner Ausweichhaltung. Aber er wird jetzt sterben. Muuu. 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 Oh, zum Glück. Ihr müsst auf jeden Fall immer Bluten zuführen. Das ist das Wichtigste. Ja, loot den da halt. Hier hinten war noch ein Audiolog. So, jetzt wissen wir, was jetzt ist für den Code. Der wird später wichtig sein. Ich habe euch ja gesagt, merkt euch, dieses ist eine Konsole. Jetzt ganz kurz hingucken, bitte. Leute, das ist ja noch voll easy. What the fuck? Oder kommt das jetzt? Ich glaube, das kommt erst jetzt. Ja. Ja. So, und jetzt kommt das Überbillow-Teil. Gut, an sich... Ah, jetzt kommt... Jetzt kommt, sag ich mal, ein Miniboss-Fall. Ist an sich nicht schwer. Warte. Ach, ich glaube, von dem kriege ich das. Ach ja, genau, so. Auf jeden Fall jetzt mit Elektrizität. Und zwar... Das hier. Tja, dann wird's... Dann wünscht mir Glück, Leute. Zweitwierigster Fight auf dem Schiff. Als allererstes... Ihn fertig machen. Ah, fuck, ich hätte so einen Speedrunken nehmen sollen. Und direkt nochmal einen hinterher setzen. Sehr gut. Oh. Hä? 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 Okay. Er wollte es halt einfach nicht. Er wollte einfach nicht. Ja, genau. Die hassen ja Elektrizität. Ich glaube, es ist besser, wenn ich mir mal einen Gesundheitstrank nehme. Ich werde nicht abkratzen gehen. Ah, jetzt ist ja mein Angriff erhöht. Sehr gut. Somit ist nur noch ein Gegner im Game. Und der wird jetzt, glaube ich... Ausweichen. Wie gesagt, der kann jetzt halt ausweichen. Das bringt uns gar nichts. Ihn jetzt anzugreifen. Oh, es ist wieder weg. Okay. Dann jetzt auf jeden Fall mit den drei Dabpfeilen drauf. Selbst wenn er jetzt wieder auf Ausweichen geht, fickt ihn jetzt das Bluten weg. Sehr gut. Gut, das war der Fight. Und da ist auch der Alien-Handschuh. Gut, legen wir die auf jeden Fall nochmal für den Bossfightern an, würde ich sagen. Und er ist frei. Hey, that did it! The force field's down! Come on back and we can get out! It's another Saturday night Feeling all right, feeling okay, come on. So, jetzt kann man das hier öffnen, wenn man jetzt den Code bekommen hat, mit 776. Success! I found something that looks to be food. It's some sort of green fluorescent goo. I'm gonna have to try and eat some. It's not so bad. It's tangy and nutty. But probably go well with a... Hey, what's happening to me? Was ist einsam meines Gräber und Skiffiger Hotter? So, jetzt ist hier ein sogenannter Nazi-Zombie. Waffen freien lassen! Wie gesagt, ich wünsche, ich hätte die Uncut-Version. Ihr werdet bei mir leider nur die lame Version hören, sag ich mal. Ich hoffe, die reicht euch trotzdem. Und direkt nochmal mit Mäulchen reindrücken. Und beim nächsten Mal Mäulchen müsste glaube ich sogar weg sein. Komm schon, jawohl. Der Fight ist nämlich manchmal echt zäh. Ich habe echt mich gut geskillt an dieser Stelle. Gut. Das zählt glaube ich nicht als Obdachlosen-Camp. Ich will jetzt meine Hand auch nicht ins Feuer legen, falls ihr den verpasst. Verpasst ihr halt ein Item, aber ihr könnt zumindest noch die Quest mit dem Obdachlosen-Camp machen. Gut. Können wir uns noch kurz das hier holen? Dann würde ich sagen, wenn wir schon einmal hier sind, direkt die bessere Waffe, nämlich die hier. Kann ich die doch irgendwie gut aufrüsten? Was habe ich denn hier? 10% mehr Schaden? Ne, das nicht hier. Das war's ja. Kann ich die irgendwie verbessern? Was habe ich denn hier noch? Er zieht Blutdenzil in 25 TP. Na gut, was soll's. Besser als nichts. Ist sowieso Quatsch. Die werde ich sowieso später wieder alle verkaufen. Verkaufen müssen. Na komm jetzt. Wir schaffen das jetzt. Einmal. Das hier noch. Wie gesagt, das ist Pille-Palle. Das kriegt selbst Kevin von der Mittelschule hin. Und jetzt das letzte. Das, 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 das. Und fertig. Jawohl. Natürlich, wir wissen mit einem UFO mitten in der Luft. Irgendwo im Weltall. Und was macht er? Richtig. Entkommen. Juckt ihn halt einfach nicht, ne? Juckt ihn halt so. Gar nicht. Gut, bevor ich das jetzt vergesse, nochmal reingehen. Und die Teile nochmal holen. Wie gesagt, wir brauchen jeden einzelnen Cent und da muss ich das leider zerschießen. Aber gut. Jetzt kommt der letzte Fight auf dem Schiff, sag ich mal. Ich müsste jetzt hoffentlich gut genug sein. Ich müsste jetzt hoffentlich gut genug sein. Ach ja, stimmt, weißer Christen-Kristall. Ja. Hä, ich hab den noch reingesammelt. Was willst du, Spiel? Hallo? Ja, dann halt nicht. Gott, ey. Okay. So. Jetzt haben wir den Weißkristall. Jetzt können wir auch zum Fahrstuhl und damit zum Cockpit gehen. Haha, er hat Cock gesagt. Ja, nicht witzig. So, mit der Alien-Sonde können wir jetzt den Aufzug aktivieren. Hier reingehen. Oh Gott, danach geh ich erstmal so. Dann das hier. Ne, hier war nix, ne? Sieht alles ziemlich interessant aus. Das hier holen. Und, was ihr auf keinen Fall vergessen dürft, das Schimpokémon hier oben. Gut. Ich denke, wir sind soweit. Die haben ziemlich ausgefallene Attacken drauf. Und das Ding musst du aller, allererst weg, sonst bufft das das Vieh zu Tode. Gut. Ich nehme jetzt wirklich als allererstes einen Tempotrank. Davon haben wir ja genügend. So, und auch wenn mich jetzt viele für dumm halten werden, aber ich werde jetzt zweimal die Alien-Verteidigungs-Matrix hiermit angreifen. Oder zumindest einmal. Jetzt muss ich kurz überlegen. Kann ich die auch, kann ich die direkt angreifen? Ja, ne? Aber ist das Ding auch weg? Gut, passt. Wir meucheln jetzt die beiden immer abwechselnd. Okay. Kurz, jetzt ist so ein Konzentrationsmoment. Okay. Und Ich gönne mir nur noch zur Sicherheit einen kleinen Gesundheitstrank. Und ich würde sagen, jetzt greifen wir nochmal auf den Darpfeilen, damit die nochmal bluten. Das wird nämlich der Angriff von... Nein! Äh, ja. Gut. Wir nehmen uns mal einen Heiltrank. Wie viel Leben haben die noch? Vierhundertacht! Oh! Und verhältnismäßig aufgehen. So, damit dürften wir jetzt... Oder? Ah, der Kampfverl... Ja. Jetzt macht der nämlich seinen Angriff zu richtig hoch. Und da passt das, dass wir beide gleichzeitig angegriffen haben. Richtig gut. Damit kracht das Ufo zu Boden. Und der grüne Schleim, den wir schon in Action gesehen haben bei einem Nazi-Zombie, tritt ungehindert aus. Yes? At what location? How many people in the town? Get in there and cover it up. This could change everything. Get everyone moving. We've got another Ufo-Crash. Gut. Das war der erste Tag von insgesamt drei Tagen bei South Park. Einer geiler als der andere. Was it a dream? Wie Kenny. Wir sterben. Sie erwachen in unserem Bett wieder. Mit der jetzigen Fähigkeit können wir dann auch in die Kanalisation gehen. Aber das, das passiert in einem anderen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn heute nicht so sehr viel los war. Ich hoffe trotzdem, dass das Let's Play noch wenigstens ein bisschen unterhaltsam war. Wenn es Ihnen gefallen hat, lasst ruhig mal einen Daumen hoch. Da für Fragen und Kritik alles in die Kommentare rein. Und wenn Sie für dich das, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao.